Ich wünsche euch allen ein anregendes Kunsterlebnis, wenn ihr die Arbeiten dieser außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstler erlebt. Ich wünsche euch allen anregendes und nun kommen wir zur Verleihung des neu initiierten XR History Awards, der Virtual Reality Film Child of Empire, des grenzüberschreitenden Projekt Das Tag. Child of Empire is a very personal story for me because it is the story of my Grandfather. Ich wünsche euch einen Ja, 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 ja